so muss uns frühstück aussehen leute habe ich mir alles anrichten lassen ja auch gesellschaft am start schon mal neue bekanntschaften geknüpft ich wollte jetzt mehrfach auch gefragt ob ich mal ein statement zum corona virus abgeben kann ich kann euch sagen ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung davon ich bin kein experte ich weiß nur mir kann das ding nichts anhaben das sage ich euch holt mir einen ran mit dem corona virus ich schüttel ihn die hand ich schwöre es euch so gute flagge leute genau so muss das sehr gern smoky smoky blanke nähe da drüben wunderbare aussicht echt christentum und da drüben ist er da drüben werden die flugzeuge glaube ich gebaut keine ahnung Elbe am start